Was geht Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute sind wir wieder in Minecraft. Leute, es gibt wie immer ein Problem. Wie immer gibt es ein Problem, wenn ich Minecraft aufnehmen will. Die Jungs sind immer noch abgefuckt auf mich und ja, der Talk ist leer. Ich gehe rein. Ich bin alleine. Minecraft-Projekt, keiner ist da. Nur Umut ist unten noch im Talk, wie immer, aber mit wem könnte ich zocken, Digga? Ich weiß nicht. Hamed? Was geht ab? Bertulli! Hamed! Minecraft! Wir spielen locker. Ey, warte mal, aber es gibt ein Problem. Was denn? Ich mag es eigentlich nicht, Leute auszuschließen, ne? Aber Umut ist eine Katastrophe. Das geht nicht mehr weiter. Ist der, der unten im Advokat-Channel ist? Ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich glaube, du willst den auch nicht kennenlernen. Der ist ein bisschen... Na, lass zu zweit spielen. Komm auf den Server raus. Hoffen wir mal, dass alles glatt läuft. So, Minecraft-Bruder. Und du hast diesen Star Wars-Skin. Pass auf! Ey! Warum gehst du in die Höhle, Bruder? Der schlachtet mich ab! Ach, ich gehe in die Warnung! Ich habe überlebt, aber ich bin hier unten. Hol mich mal raus, bitte. Bruder, wie soll ich dich da rausholen? Ja, keine Ahnung, Digga. Schmeiß mir irgendwas runter. Ein Sein oder so. Warte, warte, ich kläre das. Hier, bau dich hoch. Nein! Oh, Digga. Ey, ich bin jetzt schon am Verhungern, Alter. Wir müssen die Ziege schlachten. Nein, natürlich will ich das nicht machen, aber... Messi! Das ist nicht Messi, Bruder. Das ist Messi! Seit wann gibt es sowas in Minecraft? Ey, aber Hamed, du weißt schon, also der richtige Goat ist Ronaldo, ne? Das wollte ich nur sagen, also... Jungs, was lau ist, du bist der Scheiße, Digga! Was für Ronaldo ist der Goat, Digga! Chill, okay, ich bin zufrieden! Was für Ronaldo ist der Goat! Du bist gleich tot, Digga, chill! Du bist dumm oder so? Okay, alles klar, Messi ist der Goat. Messi ist der Goat! Messi, lass dir das nicht sagen, okay? Du bist der Goat. Du bist der Goat. Messi ist der Goat, Alter. Messi ist der... Warum ist er überhaupt angeleint hier, hä? Messi ist der Goat! Messi ist der Goat! Messi ist der Goat! Messi ist der Goat! Mein Dings! Ey, pass auf! Nein! Das ist ein Bienenstock, Bruder! Nein! Renn weg, Bruder! Ey! Flow, 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 flow! Bruder, du f***st alles, Bruder! Ich hab eine Kuh! Ich hab eine Kuh! Pass auf, aber wer... Bruder, ich bin genau vor die Kuh! Genau vor die Kuh! Ich sag, da ist eine Kuh, du läufst davor! Sorry, sorry, ich geb dir deine Sachen zurück. Komm, 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 komm! Bitte lass mich die Kuh schlachten! Ja, okay, mach! Du bist ja noch schlimmer als Unmut! Als Maulung, ich bin gut! Ey, ich hab ein Haus! Hier ist ein Haus von irgendwen! Wo? Hier! Oh, du Glücklicher! Das ist kein Haus, das ist ein Village! Was ist ein Village? Das ist... Village, Bruder! Ein Dorfbewohner! Dorf, Dorf, ein Dorf! Wohohohohohohohohohohohohohoch! Da gibt's Loot, Bruder! Wir haben abgesaved! Guck, das ist... Das ist ein Dorf, Bruder, siehst du? Als ob du noch nie ein Dorf gefunden hast! Wow! Digga! Warum...ä? Warum fliegt da eine Kuh hin und her? What the f... Was ist das, Digga? Digga, da springt eine Kuh, hoch und runter! Da steht sogar irgendwas! Wow! Pass auf! Was ist das? Nein! Oh, mein God, Bro! Ich sag doch, pass auf! Oh, ich schmeiß mal was! Spring nicht! Du machst es schlimmer! Spring nicht! Ich bau mich hoch, Junge! Es geht aber nicht. Du hast ein Schild. Umuts Hauptquartier. Ist das dieser Umut, den du meintest? Was ist das für ein Deutsch? Das kann nur er sein, Digga. Ist das der, den du meintest? Wenn das wirklich sein... Hamed, komm mal zu mir. Was machst du hier? Warum schreibt er so? Warte mal, warte mal, warte mal. Was machst du hier? Dir? Was machst du mit der Kuh? Hör mal zu, okay? Du kannst uns nicht hin und her. Okay. Bruder, wir wollten nur hier auf diesem Server spielen, Bruder. Ich bin besser, ja? Lade, komm! Ich dachte, mir geht ein Freund, aber heftig. Ja, der ist ein besserer Freund als du, Digga, du. Gut, wir können doch alle zu dritt spielen. Wir spielen zu dritt einfach, okay? Zu dritt? Guck mal, hier gibt es Regeln, okay? Ich gebe euch ein Haus. Ich sehe euch irgendwo in der Nähe von meinem Haus vorbei. Guck mal, er kräft sogar seinen eigenen Village an. Okay, 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 chill. Gebt uns das Haus, gebt uns das Haus. Gebt uns das Haus einfach, ja. Hey, Bruder, ich sage dir ehrlich, ignoriert ihn einfach. Ach, der hat den Knacks. Chill, Mann, wir haben nichts gesagt. Chill. Ah, das Haus da unten? Boah, das sieht echt gut aus. Hier! Digga, das ist ein scheiß Ernst, Digga, das ist aus der Pläne. Sieht aus wie ein Penner. Ey, Mann, was ist das? Regen mit Regen kommt rein und so. Hier sind überall Löcher. Okay, okay, wir haben keine Wahl, Alter. Wir müssen jetzt hier leben, nein, das kann nicht sein. Ja, hast du eine bessere Idee? Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich kann kein Haus bauen, ich weiß nicht. Ich lasse mich einfach ein besseres Haus bauen. Was war das hier, Mann? Wir haben über die politische Lage von der Welt gerade geredet, alles gut. Darf ich ein besseres Haus bauen? Halt deine Fresse. Wir haben aber immer noch kein Essen, hol du so lange essen, während ich das baue, okay? Okay, ich hole Ressourcen, Essen und so und du baust das Haus. Baue ich das Haus, ja. Okay, ich vertraue dir. Okay, Hamid baut das Haus. Es liegt an mir, Fleisch zu holen. Wie schreien die Ziegen, Digga? Ich weiß nicht, was das wieder für eine Scheiße ist, Digga. Egal auf welchen Server ich gehe, egal wann ich Spaß haben will mit irgendwelchen Leuten, immer kommt da so ein Unmut und scheißt rein, Digga, ja? Man kann nicht mal spielen, Alter. Der Arme, Hamid, was denkt er sich jetzt? Warum ist da ein Panda, Digga? Das ist echt gefährlich hier, Digga. Wegen Fleisch begebe ich mich gerade auf Lebensgefahr. Schieß auf das Dorf, Digga, wie schön das hier aussieht. Wir könnten da unten bauen. Schweiz doch das. Tut mir leid, ihr müsst sterben. Besser tötte ich euch, dass anstatt Unmut euch da hängen lässt, Alter. So, ich habe genug Fleisch gefarmt, das sollte reichen erstmal. Hamid, wo bist du? Hier. Wo ist unser Haus? Wa? Messi? Bro, was ist das für ein Haus? Bro, das ist ein Haus, Wasserfall. Was ist das aus der Erde, Bro? Da konntest du nicht Holz holen? Oh, eine Ziege. Du, holst du auch zehn Jahre, bis man das sammelt, Digga. Ja, Erde geht schnell. Du hast zehn Jahre gebraucht, um die Ziege einzufangen, um die da anzuschneiden, aber du wolltest nicht Holz fangen, um unser Haus zu bauen. Ja, ich habe damit angefangen, Bruder. Ich habe mit Ziege und Wasserfall angefangen. Wasserfall. Wasserfall. Ein Wasserfall. Okay. Okay, wenigstens haben wir ein Dachgelmann. Und zwei Betten. Und nebeneinander, nicht aneinander. Weil das ist Haram. Oh mein Gott. Bruder, hast du ihm gesagt, dass wir das Haus hier bauen? Nein, ich dachte einfach... Warte, er kommt, Bruder, er kommt. Warte. Oh nein, Digga. Mach keine Fakt. Ey, chill, was schrägst du? Das ist ein Haus, Digga. Besser als das, was du uns gegeben hast. Ich habe euch ein Haus gegeben. Was ist denn? Junge, in deinem Haus ist Schimmel, da sind offene Türen und Fenster, da kommen Zombies rein, wir sterben. Oh, okay, 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 okay. Was? Oh, 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 was machst du? Was machst du? Mist. Was machst du? Okay, hier. Bitte, mach nichts. Bitte. Okay, ihr dürft hier wohnen, aber ihr geht das Diamanten an für mich, okay? Sonst? Okay, okay, chill. Ja, ja, okay, 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 chill, chill, bitte. Naja, schrägst, Digga, mäßig. Ey, nicht Messie. Hilf mir mit vor allem. Ja, okay, wir sammeln Diamanten, okay? Bitte. Ein Geschenk für mich. Nein. Was ist denn? Okay. Okay. Ja, ich gehe jetzt auch fahren. Aber du hast nicht mal eine Spitzhacke, was redest du? Hier, ich gebe dir eine. Oh, okay, achso. Warte, 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 warte. Okay. Ich will in zwei Stunden, äh, 150 Diamanten. Jalla. 150 Diamanten? Okay. Ich gehe warte. Okay. Ey, Hamid, wir müssen fahren, Bruder. Ich habe nicht mal eine Spitzhacke, Digga. Das ist das Problem. Guck mal, warte, er geht fahren, ne? Wir gehen einfach, während er weg ist, in sein Haus und gucken, was er für Sachen hat. Bruder, wenn er so krasse Sachen die ganze Zeit hat, dann hat er vielleicht irgendeine Truhe mit Diamanten drin. Bro, das habe ich schon so oft gemacht, ne? Und er hat das immer rausgefunden. Hier kann ich mir nichts rausnehmen, Digga. Oh! Chill! Nein, wir sind ja zu zweit. Einer kann Wache halten, der andere guckt. Okay, okay, komm, komm mit. Halt du Wache, okay? Ja. Er hat sogar sein Glas oben kaputt gemacht, weil er so ausgerastet ist. Was macht er dann mit uns? Geh nur rein. Hier ist einer. Guck mal, komm mal rein. Das musst du sehen. Ach, man hat Patron. Allen! Ach, man hat Patron? Der wird doch alles petzen, Digga. Warte, geh weg, geh weg, geh weg. Er ist verunglückt. Okay, halt du Wache jetzt. Ey, Bro. Ich, ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Warte. Ich habe alles, Bro. Komm. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Wie springt man nochmal? Wie springt man nochmal? Leertaste. Wie, du weißt nicht, wie man springt. Let's go, let's go, let's go. Okay, pass auf. Das ist unsere Beute. Komm rein. Erstmal. Und jetzt guck in die Truhe. Wir haben beide einen Pfeil und Bogen. Ey, der kann uns gar nichts machen eigentlich. Wir müssen uns die aufteilen, okay? Nimm die Pfeile und nimm die Schwert und Bogen, okay? Nein, nein, erst mal so. Wie ziehe ich die denn an? Hier, 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 hier. Guck mal, die Willinger dürfen wir nicht aufwecken. Das sind alles Komplizen von Ohmut. Aber wir müssen natürlich hier loten. Guck mal. Nahrung, Bruder, sehr wichtig. Ey, Ohmut ist da. Guck ihn dir an. Was macht der mit der Kuh? Ey, nein, wir haben ihn falsch gemacht. Der wird jetzt merken, was für seine Sachen. Ich drehe durch, ammer der Kuh. Ey. Nein, er läuft zu unserem Haus. Er läuft zu unserem Haus, Bruder. Er läuft zu unserem Haus. Scheiße, scheiße, Messi. Nein, Messi. Wie springt man nochmal? Leertaste, Bruder. Spielt zuerst ein Tor. Mein Gott, Digga, das sieht nicht gut aus. Die Stimme auch schwach. Nein, nein. Ohmut. Nein. Was hast du mit dem Messi gemacht? Komm, meinst du, Gegeizt? Nein. Nein. Ohmut. Das war einer zu viel. Das war einer zu viel. Das haben wir gefarmt. Das ist nicht deins. Vielleicht war das Ahmad Patron. Warum fehlt er auf einmal? Was? Was? Ich habe immer mehr. Berco. Ja? Ich will mich rechen. Ich will mich bei Umut rechen. Er hat mein Messi getötet. Bro, ich weiß. Okay, die Frustration ist gerade hoch. Aber wir müssen uns erstmal aufbauen. Und wir müssen... Weißt du was? Ich trainiere dich, Digga. Ich traue dir das gerade nicht zu, dass du ihn besiegst. Weil er ist echt ein Monster, Bruder. Ich sage dir ehrlich. Ja, dann trainiere mich. Mach mich so stark, dass ich ihn besiegen kann. Okay, okay. Los. Hamed. Ja. Das ist Umut, okay? Was machst du? Okay, ich sage ihm. Warum hast du Messi getötet? Ja, nein. Das sagst du ihm nicht. Du musst ihn ja umbringen. Er wird nicht reden mit dir viel. Achso, achso, achso. Ich schmeiße den Pfeil auf ihn. Nein, du tötest ihn. Nein, nein. Nein. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Nein, du musst deinen Bogen spannen. Spann deinen Bogen. Ja, okay, 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 okay. Das ist Umut, okay? Gebelegt, was der Messi getan hat, okay? Er hat Messi getötet. Er hat Messi getötet. Bro. Du sollst auf ihn. Schieß weiter hoch. Weiter hoch. Komm, das schaffst du, Bruder. Das schaffst du. Er steht doch gereteriert vor dir, Bro. Er steht vor dir. Ja. 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 Okay, Bro. Sicher, dass ich nicht sterben kann von hier, wenn ich runterspringe? Hör zu, wenn du es genauso machst, wie ich es dir sage, dann stirbst du nicht. Hör zu, weißt du, was Water Bucket MLG ist? Nein. Okay, pass auf. Du hast einen Wassereimer. Du platzierst das Wasser genau, wo du runterfällst. Das nennt sich MLG. Dann hast du keinen Fallschaden. Wenn du Umut besiegen willst, musst du einen dieser Skills draufhaben. Der kann das auch hochhausten, sonst sind wir am Arsch. Okay, mit dem Wassereimer springen. Ja, also du, ja, ja. Okay. Bro, du solltest ihn benutzen. Immer noch einen Versuch, diesmal schaff ich's. Versuch Nummer zwei. Erst der Wassereimer. Springen und Wassereimer benutzen. Hä, Bro. Du sollst doch nicht den Wassereimer benutzen. Du hast gesagt, erst den Wassereimer und dann springen. Was hat man das? Du schaffst das, komm. Ich schaff das, ich schaff das. Komm. Komm. Bitte enttäusch mich nicht mehr. Jetzt schaff ich's. Hier ist das. Boah. Ja. Endlich, Digga. Endlich. So, genau so willst du dich rechnen, Anni, für Messi, Digga. Ja. So will ich dich sehen. Ich bin jetzt, Umut. Wie schlägst du mich? Bro, wie kannst du so oft daneben schlagen, wenn ich vor dir stehe? Bro, Bro, Bro. Bau diesen Stamm hier ab. Bau das ab. Irgendwo, was bringt mir das, dieses Holz abzubauen? Bau das Holz jetzt wieder hin. Digga, was soll mir das bringen, Umut zu schlagen? Bau ich jetzt wieder ab. Bau es wieder hin. Was bringt mir das, Digga? Wofür mach ich das? Amit, es geht nicht darum, wie du schlägst, wie du schießt, wie du dein MLG machst. Du musst wissen, wer dein Gegner ist. Das ist dein Gegner. Das ist Umut. Digga, wo bist du überhaupt? Ich bin hinter dir. Ich hab jetzt fünf Tage lang abgebaut, 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 dahin gebaut. Und was kann ich jetzt? Es ist, als ob ich jetzt besser bin. Schlag mich jetzt. Siehst du, wie du mich triffst die ganze Zeit? Davor hast du nur den Boden geschlagen die ganze Zeit. Genau so würde ich dich sehen. Ich hab es verstanden, Sensei. Nein, ich bin nicht dein Sensei. Jetzt gehen wir zurück, okay? Jetzt klöpfe ich mir uns den vor. Wir holen uns Umut. So würde ich dich sehen. Also hier ist Umuts Hauptquartier. Guck mal, guck mal, guck mal. Er ist bei uns. Was macht er da? Es reicht. Ich hab's euch tausendmal gesagt. Was mach... Nein! Pass auf! Pass auf, geh da nicht hin! Nein! Okay. Okay. Ich will ein 1 gegen 1 gegen dich. Ey, Hamid, willst du das sicher machen? Ja, ich will's machen. Ich will's machen. Ich kenne dich. Okay, ich hab's abbekommen. Für Messi. Genau wie ich es dir gezeigt habe. Ah! Ja. Gut, gut. Oh, gut so. Oh! Meine Ewigkeit später. Gib mich auf, Hamid. Ich helf dir. Nein! Nein! Okay. Nein! Ja! Junge, Mann! Du kommst gegen die Musiker. Meine Fresse, Digga. Junge, bock mir, Digga. Du hast dich gut... Nein, warte doch. Du hast dich gut... Du hast dich gut geschlagen, Hamid. Umut. Das lass ich nicht auf... Das kannst du nicht machen, Digga. Immer, was du willst. Warte ab, Digga. Ich hab doch nichts. Du bist kein Problem. Ah! Oh! Du bist˙ Weg. Du hast dich gut geschlagen, da- Du hast dich gut geschlagen. Du hast dich gut geschlagen. Drum Pola. Du finde Know Lud Over Und im ZDF.